hey leute herzlich willkommen auf meinem kanal für bedingungslose liebe ich bin joshua euer vip coach bedingungslose liebe und im heutigen video liebe ich dich mit der innigsten innigsten liebe diese liebe funktioniert wie im zeitraffer das heißt werden in kurzer zeit eventuell auch viele blockaden lösen so wie es die innigste innigste liebe bei dir für richtig hält du solltest bei diesem vip treatment keine schweren maschinen führen kein auto fahren am besten bist du in einem ruhigen komfortablen zone wo du dich entspannen kannst kurz zurücklehnen kannst kurz vielleicht die augen schließen kannst kannst auch das video einfach mit offenen augen im sitzen machen oder im liegen so wie du magst legt gleich los liebe dich jetzt mit der innigsten innigsten nonpolaren liebe bist du in diese maßeschreibe bis zum nächsten mal Vielen Dank. 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 Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht oder einen wunderschönen Morgen. Live the life you love. Und ich bin ja, tja, 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 tja.